Komm, komm, nein, nein. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich habe ein Abo, da oben ist noch einer. Jo Leute und herzlich willkommen zum allerersten Mal hier Hive Survival Games auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr vielleicht gerade schon im Prä-Intro gehört habt, spielen wir heute die allererste Runde hier auf dem Hive MC Server. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die Runde hier so ergibt. Und ich habe gerade richtig übersteuert, deswegen mache ich mein Mikrofon mal ein bisschen leiser. Und ja, es haben sich echt viele gewünscht, dass wir mal auf dem Hive Server spielen. Und ich werde auch demnächst mit dem Gauss HD auf dem Hive Server aufnehmen, weil der schon ein richtiger Hype-Experte ist. Und ich dann so als Anfänger auf dem Hive Server, naja, der kennt ja alle Kisten, alle Routen, der kennt einfach alles hier auf dem Server. Und deswegen wird er auch demnächst dabei sein. Und ich spiele auch ohne Tech-Shirt-Pack, da ist sonst bei mir viel zu agleckt. Und ich hoffe, ich bekomme was. Ja, nein, aber ich habe kein Schwert. Und nein, 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 nein. Nein. Echt jetzt? Was ist das? Was ist das für ein Scheiß-Guck? Guckt euch den Typ an! Guckt euch den Scheiß-Typ an! Ja, ja, kommt! Der hat ein Hitler-Skin. Oh mein Gott! Junge, wenn der mich jetzt schlägt, ohne Scherz. Nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich habe ein Eisen! Hätten wir das Schwert... LOL! Let's... Nee, es bleibt nicht, okay. Hätten wir das Schwert bekommen, dann sind wir schon richtig gut, aber... Die hat ein Schwert! Oh, mein Gott, die hat ein Schwert! Zum Glück sind wir noch entkommen, aber ich habe schon mal eine Brustplatte folgt. Die mir? Ich habe schon mal eine richtig gute Jazz-Plate. Und ich suche einfach mal Essen und hier noch ein paar Kisten. Da ist noch eine Kiste mit ein Schwert. Ja, wohl. Ja, wohl. Die Leute, wir haben ein Schwert. Wir haben ein Schwert, das war zwei Aufnahmenversuch. Der erste hat nicht geklappt. Darüber will ich aber gar nicht reden, was da los war. Aber auf jeden Fall bräuchten wir auch noch mal ein bisschen Essen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas... Ist hinter... Nee, hinter mir ist keiner. Komm. Ja, ich will kein Team machen. Nee, ist mal jetzt echt ungern. Okay, er hatte sogar Essen. Er hatte sogar Essen, aber Team mache ich jetzt wirklich ungern, wenn ich hier zum ersten Mal aufnehme. Aber wenn ich gerade auch kein Team machen, dann probiere ich einfach mal hier so eine Runde zu spielen. Und es ist auch nicht schlimm. Mein Ziel ist es, Instagram wegzukommen. Da ist mir scheißegal, ob ich dann verliere. Die nächsten Aufnahmen auf Hype probiere ich dann halt möglichst zu gewinnen. Und wie viel FPS haben wir gerade? 77. Okay, ist jetzt gerade nicht das Höchste. Aber reicht natürlich aus. Mal schauen, das ist hier der neue Flughafen, weil das ja die neue Map ist. Vielleicht bleibt er noch keiner. Ich gucke immer hinter mich, weil ich dauernd Angst habe, dass jemand kommt. Kann man da wieder so raus? Ja, ja. Okay. Steinschert. Jawohl. Jetzt, es sieht richtig gut aus wie ein Steinschert. Jetzt haben wir endlich mal bessere Waffen. Vorhin, ich habe einfach an der Kiste nichts Gutes gefunden. Und jetzt geht es schon so los. Das ist natürlich gut. Und ich habe vorhin gedacht, ich habe hier einen Namen gesehen. Vielleicht ist hier noch eine Kiste irgendwo. Hinter uns ist keiner. Aber ich weiß auch gerade nicht, wo ich hingehen möchte. Ich erlebe noch ein Spieler. Und nochmal ein großes Dankeschön an dem Skaminator, der mit Brennan verhofft hat. Finde ich natürlich richtig nice. Und ich habe ja gesagt, es wird eine Weihnachtsfäsche kommen. Bin ich mir aber nicht sicher, ob wirklich eins kommen wird. Wegen zeitlichen Gründen. Und hier war schon jemand und da ist er. Komm, komm, nein, nein. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich habe ihn aber da oben ist noch einer. Ach du Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Leute, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ach du Scheiße, Junge. Ich habe gedacht, ich habe doch gerade so, also ich habe ja gedacht hier gerade, ich habe so viel Herzen verloren, aber es hat jetzt gar nicht so schlimm aus. Aber ich habe gerade richtig gedacht, dass ich gerade richtig viel Herzen verloren habe. Und wir können jetzt einen Eidenshirt machen, sehe ich. Bogen haben wir, Pfeile, Essen. Ich gehe in die Mitte, würde ich sagen. Das machen wir mal weg, hat ja noch anderes. Ja, okay, ein Bier haben wir auch. Könnt vielleicht, das werden wir in die Runde. Wir sind auch fast schon voll Eidenshirt, außer die Hose. Und deswegen probiere ich mir jetzt einfach mal kurz einen Eidenshirt zu machen. Vielleicht ist in der Mitte gerade keiner, damit wir das gemütlich machen können. Aber ich passe immer auf, dass hier kein Team kommt, weil hier echt unheimlich viele Teams sind. Und dadurch sterbe ich auch oft, weil dann diese kleinen Lags und dann Teams, oh nee, das ist dann, geht leider nicht wirklich. Ähm, okay, am Spawns sieht es so aus, als ob da keiner ist. So, okay, wir haben das Eisenschwert geschafft zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier wieder zurück. Okay, wir haben ein Eisenschwert. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Bogen haben wir auch. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich beklagen. Okay, hier war schon immer eigentlich klar, dass da eigentlich einer schon gewesen war. Auf jeden Fall macht es mir wieder auch Spaß, auf den Heißenschwert zu spielen. Klar, ich spiele lieber auf Gomme, aber trotzdem macht mir das hier Spaß. Und vielleicht ist der Typ hier noch am Flughafen. Das können wir ja gucken, ob der da noch ist. Vielleicht können wir ihn da nicht klatschen. Wenn er da ist, ich weiß es ja nicht. Einfach mal gucken. Ist der irgendwo ein Name? Das sieht jetzt nicht so aus, aber der war ja vorhin, war der, glaube ich, da, hier irgendwo. Oder ist der da hoch? Ich glaube. Aber ich weiß es nicht. Wo kann der denn sein? Das ist jetzt die Frage. Ich mache mal ganz kurz bei meinen Video-Settings. Auf vier. Oh ja, der letzte ist noch leckfreier. Okay, jetzt habe ich auch 100 FPS. Da war ich das jetzt einfach so, wenn ich auch high spiele. Und ich lebe nur noch fünf. Lebe nur noch fünf. Vielleicht können wir die Runde ja gewinnen. Das wäre natürlich richtig cool. Aber naja, wenn ich bis jetzt noch keinen Spieler mehr sehe. Hm. Doch, da ist ja einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Aber die hat nichts. Die hat ja nichts. Ja, komm her. Oh, die hat ja einfach fast nichts. Aber in der Angel. So, ich habe immer, immer kurz gucken, ob da jemand kommt. Feuerzeug hätte ich noch gerne. Tee nämlich auch gerne. So, 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 so. Kuchen. Spinnwebe hat ich noch. Spinnwebe, 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 Spinnwebe. Nur ein, okay. Ja, okay. So, jetzt bin ich gerade aus dem Bildschirm rausgegangen. Ich lasse das jetzt einfach so. Wir haben jetzt gutes Equip. Und, ähm, ja, ich kann mich jetzt echt nicht beklagen. Und in 20 Sekunden beginnt der Match. Und hier geht, oh Leute, hier geht der Tierangel. Ich finde es so geil, dass die Angel hier geht. Weil auf Gommi geht die ja leider nicht. Aber hier geht die und da bin ich jetzt richtig glücklich. Und wir sind in den Match gekommen, haben drei Kills. Weil ich kann mehr als zufrieden sein. Denn, naja, für meine erste Runde, die ich ja, also meine zweite Runde jetzt, die ich aufnehme. Und hier ist es ja noch. Ähm, cool, aber ich finde, hier ist Leckfreier. Trotzdem wird es so angezeigt. Ich werde jetzt erstmal hier das ja auf die Position nehmen. Okay, ich habe richtig Angst, dass da ein Team drin ist. Ich warte ab, Leute, ich spiele jetzt eher taktisch, bevor ich hier gleich am Anfang wieder sterbe. Ähm, hier geht's herunter. Es sind nur noch drei, oder? Es sind nur noch wir, oder? Wie ist das jetzt gerade? Komm, 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 komm! Oh, es geht die Angel. Oh nein! Hey! Was schießt der jetzt auch nicht? Oh, aber wir haben ja auch nochmal einen Hit gegeben. Das ist natürlich gut. Und vielleicht können wir den hier anzüben sogar. Hä? Der ist tot? Dann, ja, dann komm. Es sind nur noch wir. Bitte lass mich das gewinnen, bitte lass mich das gewinnen, bitte lass mich das gewinnen. Bitte lass mich das gewinnen. Bitte lass mich das gewinnen, bitte. Bitte lass mich das gewinnen. Das wäre jetzt echt so ärgerlich. Ich sehe schon, wir verlieren das nur. Ich sehe schon, jetzt kommen. Ich sehe schon kommen, ja. Oh nein! Der ist auch gut. Komm, komm, komm! Oh! Aber der hat so einen guten Ping! Ja. Ich esse was, Leute. Oh nein! Ich will den unbedingt. Bitte, 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 bitte. Lass mich das gewinnen. Das wäre jetzt echt so ärgerlich. Ich habe ihn gewonnen. Wir haben gewonnen. GG. Oh mein Gott. Er schreibt einfach Hacks. Wir haben gewonnen. Wir richtig nice. Oh, jawohl. Leute, die zweite Runde auf dem High-Server und dann schon gewonnen. Das ist richtig cool. Und ja, wenn es euch genau so gefallen hat, dann würde ich mich gepolt werden. Ich würde mich richtig freuen. Und wenn ihr mehr von dem Server haben wollt, es geht, dann lasst einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und jo. Tschüüü. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.